Herzlich Willkommen bei Video Wissen, heute mal wieder live und in Farbe von der Sternwarte Rosenheim. Das ist nur unser kleines Transportfernrohr und es ist auch nicht das James Webb Teleskop, aber das James Webb Teleskop war zu Gast bei uns in Rosenheim. Wir hatten im Rahmen des Wissenschaftsjahres Unser Universum 2023 eine Ausstellung zum Weltraumteleskop vom Haus der Astronomie, ergänzt mit Exponaten von Airbus bei uns im Haus. Und im folgenden seht ihr jetzt einen kleinen Rundgang durch die Ausstellung, wo die einzelnen Exponate erläutert werden. Und dann gibt es auch live das Webb Teleskop im Maßstab 1 zu 10 aus Rosenheim. Viel Spaß dabei! Heute aus dem Foyer der Technischen Hochschule, wo wir hier die Wanderausstellung zum James Webb Weltraumteleskop aufgebaut haben. Wanderausstellung konzipiert vom Max-Planck-Institut für Astronomie und dem Haus der Astronomie in Heidelberg, ergänzt durch Exponate von Airbus, weil Airbus hat ja ein Experiment auf dem James Webb Teleskop gebaut und noch zusätzliche Satelliten. Und wir wollen euch jetzt mal führen durch diese Ausstellung, was hier alles zu sehen ist. Wenn die Ausstellung durch ganz Deutschland durchgelaufen ist, wird sie am Ende bei der ESO Supernova in Garching geparkt. Und wer sich das mal live und in Farbe selbst anschauen will, der muss dann nach Garching fahren. Im Hintergrund sieht man jetzt das Weltraumteleskop. Der Spiegel hat ja einen Durchmesser von 6,50 Meter und drunter die Sandschildfolien haben etwa die Größe eines Tennisplatzes. Und wenn das Ganze in keine Rakete dieser Welt passt, musste man das natürlich zusammenfalten. Das ist wie ein Origami zusammengefaltet. Ich hätte ja jede Wette gemacht, dass das Auseinanderklappen vielleicht doch nicht klappt. Aber alles hat wunderbar geklappt. So, hier neben mir haben wir jetzt das Weltraumteleskop, wie es im Weltraum fliegt, im Maßstab 1 zu 10. Das ist also in Wirklichkeit 10 Mal so groß. Das heißt, dieser Spiegel hat 6,50 Meter Durchmesser. Diese 6,50 Meter sind hier auf dem Boden mit diesem weißen Vieleck dargestellt. Und darunter, die Sandschilds, haben etwa die Größe eines Tennisplatzes. Warum braucht man Sandschilds? Das Web-Teleskop ist ein Infrarot-Teleskop. Das heißt, es beobachtet vom Roten etwa 0,6 Mikrometer bis ins Infrarote bis 25 Mikrometer ungefähr. Warum ist das so? Wir beobachten mit dem Web das frühe Universum. Wir wollen das dunkle Zeitalter erkunden. Wie sind die ersten Sterne entstanden? Wie sind die ersten Galaxien entstanden? Das ist alles beim Weltalter von wenigen hunderttausend Jahren gewesen. Das ist so stark rot verschoben, dass die ganzen Linien schon im Infraroten sind. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir die Infrarotstrahlung gut aufnehmen können. Ein zweiter Grund für Infrarotstrahlung sind die Fingerabdrücke der Moleküle, zum Beispiel in Exoplanetenatmosphären. Es ist so, dass wir hier drunter, Richtung Sonne, fast 200 Grad Celsius haben. Und hier oberhalb, beim Web-Teleskop, bei den Experimenten, die auf der Rückseite des Spiegels sind, minus 250 Grad. Um diese Temperatur hier oben zu erhalten, haben wir diese Sandschilds. Wie gesagt, Web schaut einerseits ans frühe Universum, wo wir so eine starke Rotverschiebung haben, dass die Spektrallinien im Infraroten sind. Andererseits beobachtet Web-Exoplaneten und misst die Moleküle, die in diesen Exoplanetenatmosphären sind. Und die Moleküle in den Spektren, die Fingerabdrücke, die sind auch im Infraroten. Hier haben wir ein Beispiel, wo wir von einem Exoplaneten eine Kohlendioxid-Signatur sehen. Bei der Wellenlänge von etwa 4,2 Mikrometer sehen wir hier einen Ausschlag. Und das ist die Signatur der Fingerabdruck von Kohlendioxid, verursacht durch Schwingungen der Moleküle und Rotationen. Das heißt, wir sehen, in diesem Planeten gibt es Kohlendioxid. Analog hat man schon Wasserdampf nachgewiesen. Und wer weiß, wenn wir irgendwann Dieselabgase nachweisen, wissen wir auch, welche Autos die Aliens fahren. Wir haben gesagt, das Web-Weltraumteleskop beobachtet hauptsächlich im Infraroten Wärmestrahlung. Vielen ist Wärmestrahlung bekannt durch sogenannte Infrarotkameras, wie sie auch verwendet wird, um Schwachstellen in Gebäuden zu finden. Hier sehen wir das Infrarotbild von mir. Man sieht, dass mein Hals mit Paaren, die 30 Grad wärmer ist als hier mein T-Shirt, wo eine Dämmung ist. Die Brille sieht anders aus und der Hintergrund, der ist sehr viel dunkler, weil das Gebäude kalt ist jetzt hier im Winter. Wir sehen auch, wenn wir irgendwelche Details aufnehmen wollen, hier zum Beispiel vor meiner Hand. Man möchte irgendeine Wunde, die ich am Finger habe, aufnehmen. Das ist hier vor meinem Körper wesentlich schwieriger vorm Kontrast, als wenn die Hand jetzt hier vor dem dunklen Hintergrund wäre. Das heißt, wir wollen auch beim Web-Weltraumteleskop, dass der Hintergrund so kalt ist wie möglich, damit die schwachen Objekte, die wir beobachten, damit wir jedes Infrarot-Photon gut registrieren können und interpretieren können. Deswegen ist der Sonnenshield so wichtig, dass die Wärme der Sonne weggehalten wird und die Instrumente auf diesen minus 250 bis minus 260 Grad kalt gelassen werden, damit wir alle Details genau aufnehmen können. Ja, und alle, die den Kanal Urknall-Welt und das Leben regelmäßig schauen, die wissen natürlich, was ein Spektrum ist. Ein typisches Beispiel ist das Regenbogen. Und wenn wir den aufnehmen mit einem Prisma oder Gitter, dann sehen wir dort drin die sogenannten Spektrallinien, die Fraunhofer-Linien, die anzeigen, welche Moleküle in dem Sonnenlicht drin sind. Da haben wir Calcium-Linien, da haben wir die typische Natrium-Doppellinie, die wir dann, wenn sie verschoben ist, nicht im Gelben, sondern vielleicht im Roten oder Infraroten sehen. Und wir wissen, es ist Natrium, weil der Chemiker das auch im Labor mit Natrium in der Flamme nachweisen kann. Und mit diesen Fußabdrücken, diesen typischen Erkennungszeichen der Atome und Moleküle, können wir halt herausfinden, was sich wo im Universum befindet. Zum Beispiel, wie vorhin gesagt, die Planeten, Atmosphären von Exoplaneten näher untersuchen. Und um das machen zu können, braucht man nicht nur die Kameras, die die coolen Bilder machen, die wir alle vom Web kennen, sondern brauchen wir Spektrometer. Und eins der Spektrometer, was auf dem Web fliegt, das wurde in Ottobrunn bei München von der Firma Airbus Space entwickelt, gebaut und dann im Weltraum in Betrieb genommen, das ist NIRSPEC. Zu NIRSPEC gab es ja schon einige Detailvideos auch auf dem Kanal. Und diese Woche Donnerstag gab es ja in Rosenheim einen Vortrag von den beiden Weltraumingen Matti Helberlein und Ralf Ehrenwinkler zu NIRSPEC, zum Web-Teleskop. Und da wurde die Funktion auch nochmal genauer erklärt. Und wir werden im Kommentar zu diesem Video diese anderen Videos verlinken. Nun zum zweiten Teil der Ausstellung hier an der Technischen Hochschule in Rosenheim. mit Exponaten, die Airbus uns hier für die Ausstellung zur Verfügung gestellt hat. Hier haben wir zum einen den Satelliten Merlin im Maßstab 1 zu 2. Der wird also doppelt so groß sein. In diesem zweiten Teil der Ausstellung haben wir mit Merlin und den beiden anderen Satelliten Satelliten, die die Erde beobachten, also die Erdatmosphäre analysieren. Es sind auch Infrarotspektrometer, weil wir bei Merlin, der Methan in der Erdatmosphäre untersuchen soll, ab dem Jahr 2028 wird mit einem Infrarotlaser bei 1,5 Mikrometer ein Laserimpuls zur Erde geschickt und das reflektierte Licht analysiert. Abhängig davon, wie viel Methan in der Atmosphäre ist, wird mehr oder weniger Licht wieder zurückkommen. Und so wissen wir, wie groß die Konzentration in den verschiedenen Höhen ist. Methan ist ein sehr wichtiges Treibhausgas, eigentlich viel krasser für den Treibhauseffekt als Kohlendioxid. Und Methan hat sich sehr stark gesteigert. Kohlendioxid nur um 30 Prozent in den letzten 100 Jahren, Methan aber auch 150 Prozent. Und wenn jetzt wirklich die Taiga auftaut in den nächsten Jahrzehnten durch den Klimawandel, wird mehr und mehr Methan freigesetzt. Und das wollen wir genau messen und diese Ergebnisse dann in die Klimamodelle einfließen lassen. Merlin ist ein Satellit, ein deutsch-französisches Gemeinschaftsprojekt, was nach jetzigem Plan 2028 starten soll. Und wenn ein Laserimpuls hier zur Erde geschickt wird, kommt nur sehr wenig von dem Licht zurück. Es werden mehr als 10 hoch 17 Photonen zur Erde geschickt und es kommen nur 1700 zurück. Und die Airbus-Ingenieure haben das schöne Beispiel gebracht, wenn wir uns vorstellen, wir schicken den gesamten Bodensee, das Wasser des Bodensees, als zur Erde. Dann kommt zurück nur ein Espresso. Und da ist die Information über den Methangehalt dieser Säule in der Atmosphäre drin. So, jetzt stehe ich hier zwischen zwei Satelliten, Sentinel-4 und Sentinel-5, die sich beide ergänzen. Zwei Umweltsatelliten, die jetzt nach oben schauen, die die Erde umkreisen und die Erde, die jetzt über uns ist, beobachten. Das Licht fällt von oben in diese Satelliten ein und diese Satelliten untersuchen Spurengase in der Erdatmosphäre mit dem Ziel, die Klimamodelle zu verbessern. Ozon, Lachgas, Kohlenmonoxid, Aerosole. Und diese beiden Satelliten werden jetzt in den nächsten Jahren starten. Wir haben hier den Sentinel-4, der soll im nächsten Jahr starten und den Sentinel-5, der soll übernächstes Jahr starten. Und die ergänzen sich. Die ergänzen sich insofern, dass Sentinel-4 im geostationären Orbit ist, also 36.000 Kilometer über Europa und dauernd Europa invisiert und ein Gesamtbild der Gase in Europa gleichzeitig aufnimmt. Und hier Sentinel-5 wird in einem Near-Earth-Orbit in etwa 600 Kilometer Höhe fliegen und in einem schmalen Streifen, zum Beispiel von Portugal bis nach Helsinki, ein paar Dutzend Kilometer breit, in diesem Bereich die Spurengase aufnehmen. Er fliegt weiter, er macht das kontinuierlich. Die Erde dreht sich darunter weg und er kriegt so in Scheiben, in Streifen die Erde abgetastet und er wird einen Tag brauchen, um die Erdatmosphäre zu analysieren. Aber weil er niedriger ist und ein kleineres Gesichtsfeld hat, kriegt er natürlich mehr detaillierte Daten. Deswegen sehen wir hier eine Ergänzung von zwei Satelliten. Momentan, Datum von heute, ist Sentinel-4 schon in Bremen montiert auf die Plattform von Meteosat-Satelliten, wo er mit anderen Experimenten nächstes Jahr gestartet werden soll. Auf Urknall Weltall und das Leben und dem Kanal Video Wissen wird es jetzt zukünftig sehr viele Videos geben zum Kopernikus-Programm der EU und zu diesen ganzen Satelliten. Da werden also in den nächsten Monaten viele Details folgen, die ihr euch dort anschauen könnt. Also so viel zur großen Weltraumteleskop-Ausstellung hier in Rosenheim, organisiert von der Sternwarte Rosenheim an der Technischen Hochschule in Rosenheim, wo wir jetzt alle Details gesehen haben zum Weltraumteleskop und zu den Umweltsatelliten von Airbus. Eine gemeinsame Ausstellung von Technischer Hochschule Rosenheim, Airbus Space in Ottobrunn und dem Haus der Astronomie und dem MPA in Heidelberg. Vielen Dank und noch viel Spaß mit den weiteren Videos auf dem Kanal. Vielen Dank.